Die Frau in Weiß Die Frau in Weiß ist ein Roman von Wilkie Collins, der 1860 erschien. Das Buch gilt als das erste dem Genre des typischen englischen Mystery-Novel zugehörige Werk. Handlung Der Kunstlehrer Walter Hartreit soll die beiden Halbschwestern Marianne Halkombe und Laura Ferli, die in Limeridge House in Cumberland wohnen, im Zeichnen unterrichten. Am Abend vor seiner Abreise nach Cumberland verabschiedet sich Hartreit von seiner Familie und macht sich erst nach Mitternacht auf den Heimweg. Vor London wird er von einer verängstigten Frau in Weiß angesprochen, die er in die Innenstadt begleitet und die ihn dort verlässt, ohne ihm ihren Namen verraten zu haben. Allerdings erwähnt sie, dass sie in ihrer Kindheit in Limeridge House war. Nach ihrem Verschwinden hört er ein Gespräch, das ihn vermuten lässt. Die Frau sei aus einem Irrenhaus geflohen. Hartreit erreicht Limeridge House, noch immer verwirrt von der vorabendlichen Begegnung. Er erzählt Marianne Halkombe von seinem Erlebnis, und gemeinsam versuchen sie, das Geheimnis der Frau in Weiß zu lüften. Sie identifizieren sie als eine ehemalige Schülerin der Mutter Marians und Lauras. Walter verliebt sich in die schöne Laura Ferli. Und sie scheint seine Gefühle zu erwidern, doch Laura ist bereits mit dem undurchsichtigen Sir Percival-Gleit verlobt. Deshalb beschließt der ehrenhafte Hartreit. Nachdem ihn Marianne an seine Pflicht als Gentleman erinnert, Limeridge House zu verlassen, ohne Laura seine Liebe zu gestehen. Kurz vor Abreise Walter Hartreits erhält Laura Ferli einen anonymen Brief, in dem sie davor gewarnt wird, Sir Percival zu heiraten. Es stellt sich heraus, dass er von der Frau in Weiß geschrieben wurde, die Laura erstaunlich ähnlich sieht. Walter trifft die rätselhafte Frau, und diese vertraut ihm an, dass Sir Percival-Gleit ein furchtbares Geheimnis habe, das ihn vernichten könne. Sie verschwindet aber wieder, ohne das Geheimnis preiszugeben. Da es nicht den geringsten Verdacht gegen Sir Percival-Gleit gibt, geschweige denn Beweise, heiraten er und Laura. Die von ihrem neuen Mann schon im Ehevertrag um ihr Vermögen gebracht wird. Nach der Hochzeitsreise zieht sie mit ihm auf sein Anwesen Blackwater Park. Ihre Schwester Marianne begleitet sie. Hartreit dagegen geht zunächst zurück nach London und entschließt sich dann, an einer Expedition nach Mittelamerika teilzunehmen, um Laura zu vergessen. Auf Blackwater Park ändert sich Percivals Verhalten, das bisher tadellos war. Er wird brüsk und je zornig. Der einzige, von dem er sich beruhigen lässt. Es sein italienischer Freund Conte Foschio, der mit seiner Frau, Lauras enterbter Tante, zu Besuch ist. Als Percival versucht, seine Frau zu einer Unterschrift zu drängen. Ohne ihr den Inhalt des Dokuments zu zeigen, da sie diesen als Frau sowieso nicht verstehen würde, wird er handgreiflich. Und die energische Marianne wendet sich als letzte Rettung an den alten Familienanwalt. Bei einem Spaziergang wird Laura von der Frau in Weiß überrascht. Von der mittlerweile bekannt ist, dass sie Anne Kesserik heißt und dass ihre Mutter im nahegelegenen Dorf wohnt. Anne erzählt ihr wieder von dem Geheimnis, verschwindet jedoch abermals. Sir Percival sucht Anne fieberhaft, und es gelingt ihm, sie durch eine List nach London zu locken. Bevor sie das Geheimnis offenbart. Percival ist hochverschuldet, weshalb er versucht, sofort Lauras Erbe in die Hände zu bekommen. Marian hört, wie er mit Conte Foschio verschiedene Möglichkeiten überdenkt, darunter sogar Lauras Tod. Als Marian jedoch krank wird, gelingt es den beiden Männern, Laura nach London zu bringen, sie dort unter Anne Kesseriks Namen ins Sanatorium einweisen zu lassen. Und Anne Kesserik, die an einem schweren Herzfehler leidet und aufgrund der Aufregung stirbt, an Lauras Stelle zu beerdigen. Damit erhält Sir Percival Lauras Erbe, und auch die Contessa Foschio erbt als Lauras Dante eine größere Summe. Marian findet Laura im Sanatorium und verhilft ihr zur Flucht, doch nicht einmal ihr Onkel glaubt den beiden, dass es sich tatsächlich um seine Nichte handelt. Nur Walter Hartreit, den die beiden zufällig treffen, erkennt die Frau, die er natürlich nie vergessen konnte, und versucht nun, ihre Identität zu beweisen, was ihm schließlich durch akribisches Zusammensuchen und Vergleichen der Aussagen und Daten gelingt. Auch findet er Sir Percivals Geheimnis heraus. Percivals Eltern waren nie verheiratet, womit dieser nicht der rechtmäßige Erbe war und auch keinen Anspruch auf den Titel hatte. Walter und Laura, mittlerweile verheiratet und Eltern eines Sohnes, kehren schließlich mit Marian nach Limaritschhaus zurück und können endlich ihr Eheglück genießen. Ende des Themas Vielen Dank